Dann reiten wir mal weiter. Ähm. Ja, ich bin total raus bei dem, was ich sagen wollte. Naja, gut. So ist das. Was passiert eigentlich hier oben? Ich glaube, da oben ist eigentlich fast nur so ein komischer Turm. Wieso liegen hier denn so viele Sachen rum? Das verstehe ich gar nicht. Also echt. Die nehmen wir mal einfach mal mit. Wir werden sie schon irgendwie verwenden können. Ne? Ähm, so. Jetzt merkt man nicht nach links, sondern irgendwie nach rechts. Ja, Thema, über das man so reden kann. Hm. Also, ich sag mal, generell ist, finde ich... Ähm. 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 Ähm, ähm, ähm. Ist irgendwie oberflächlich sein, nie besonders sinnvoll. Ne? Erstmal brennen wir die ein bisschen an. Alter, hallo. Diesen Stab da, der hätte ich ehrlich gesagt ganz gerne wieder, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte mal ganz kurz was mit dir tauschen. Ich bin ja nicht so... Das ist sogar ein Einhändler. Okay, das ist eigentlich ganz gut. Hier. Ne. Äh, Objekte. Bekleidung ist übrigens erstmal falsch. Objekte, Waffen. Hier ist er. Favoriten. Ähm. Das ist er nicht. Ähm. Hä? Habe ich mir den überhaupt hinzugefügt? Stab der Blitze. Okay. Das ist ja auch einfach zu viel drin. Hier ist er doch. Da. Stab der Blitze. So. 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 Ähm. Ach, das ist hier F5. Ah. So benutze ich den. Okay. Oh. Ähm. Wer hat das jetzt gerade eben nochmal gemacht? Ich habe es einfach schon wieder vergessen. Das ist immer noch wegpacken. Hä? Hä? Wie habe ich das gerade eben gemacht? Aber du. Dich können wir hier sowieso einmal. Oh. Es brennt sie. Huch. War ich nicht. Hä? Hat der gerade eben einfach so? Hm. Ich muss mal. Mal sehen wir mal. Jetzt hat er immer. Ach so. Oh Gott. Ich halte hier die ganze Zeit gedrückt. Drücke auf die Tasten. Ich bin ja auch echt. Ähm. Ich bin schon wieder total überall raus. Also aus jedem, jeglichem Thema, was ich angefangen habe, bin ich komplett wieder weg. Ähm. Boah. Anderes Thema gibt es eigentlich auch nicht so wirklich. Was habe ich ihm gesagt? Also generell oberflächlich sein ist sowieso ziemlich, äh, doof. Weil man sollte einen Menschen nie nach seinem Aussehen beurteilen. Weiß ich einfach, weil es gibt, oder generell nach dem, ähm, was man von ihm, sag ich mal, hört oder sowas. Aber da habe ich wirklich auch wieder, ich sag mal, viel von, das könnt ihr ja machen. Hier ist es ja ein Ortsschild. Und, ähm, davon habe ich wieder viel, also generell viel mitgekriegt mittlerweile. Wie das so ist. Oder generell auch nach seinen Leistungen finde ich immer doof zu beurteilen. Das ist immer so. Deswegen finde ich auch sowas wie Schule ganz schrecklich. Muss ich ja sagen. Was ist denn? So, du brennst jetzt erstmal ein bisschen. Boah, was fliegen die so weg? Ich wollte hier doch noch... Die kann ich hier nicht mehr. Oh, guck mal, wer da unten liegt. Huch. So. Ich komm doch gleich irgendwie wieder hoch. Aber das wollte ich dann doch schon ganz gerne mitnehmen, eigentlich. Achso, ich bin mal wieder zu schwer. Dankeschön. Ähm, okay, Objekte. Haben wir irgendwas? Bekleidung. Gewicht 1, das lohnt sich überhaupt nicht, das wegzuschmeißen. Aber eigentlich können wir das machen, weil das ist wahrscheinlich echt... Ähm. Hallo, hallo, nein! Bitte nicht. Dankeschön. Ich brauch die. Na, du badest hier schön? Das ist super. So, jetzt haben wir Objekte. Bekleidung. Und die wieder ausrüsten. Die können weg. Derigen behalte ich. Das auch. Das auch, das auch. Hier diese ganz normalen, diese Alltagskleidung, die kann eigentlich... dann doch schon weg. Ne? Auch wenn sie nicht besonders viel... Ähm... Macht an... Ach, das ist alles so lächerlich, ne? 41 sind wir noch zu schwer. Ähm... Haben wir irgendwie... Irgendwas müssen wir doch noch haben, was halt... Aber sonst können wir vielleicht auch noch kurz was essen. Oh, ich hab's grad fallen lassen, ne? So. Ich weiß gar nicht, ob das so viel bringt. Auf jeden Fall... Ähm... Führt sich dadurch auch ein bisschen unser Leben wieder. Auf das ist auch nicht so schlecht. So. Sonstiges. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendwas, was viel wiegt? Dass wir eigentlich... Ach, guck mal. Hier ist so ein Eimer, der kann eigentlich auch weg. Fagelbrühe auch noch eine von. Warte, wie ist das alles so? Ach, guck mal. Hier ist so ein Teller, kann ich auch hier weg. Wer ich einfach brauche, hier auszusortieren, weil ich einfach... mich von nix trennen will. Die behalten auf jeden Fall die Krone, das ist ja wohl. Hier, wiegt sieben. Es wiegt zwei, da muss ich mindestens... drei von... erst mal wegschmeißen. Ah, ja gut. Okay. Tschüss. Boah, so ist das, ne? Wir müssen jetzt auch hier irgendwie wieder hoch. Jetzt, wo wir hier schon runtergesprungen sind, nur um... so einen Schrott da zu kriegen. In gewisser Maßen. So, wer greift hier an? Erst mal musst du mich hier bitte wieder hochlassen, sonst ist es ja mega unfair anzugreifen. Hm. Aber erst mal haben wir noch was entdeckt, das ist schon mal ganz gut. Oh. Huch. Ähm. Also erstens, wo es das fährt. Und zweitens, hier ist schon mal sie, okay. Aber wo das Pferd ist, weißt du jetzt gerade nicht, ne? Was für eiligst du mein Pferd? Da weißt du aber nicht, wo das hinten gelaufen ist, ne? Das ist dir, glaube ich, auch ziemlich egal. Das ist ja jetzt wieder blöd, ne? Da ist es. Und tach. Was läuft's denn immer so weg? So. Erst mal speichern wir nochmal. Und das ist ja ganz klar. Und dann... ...reiten wir mal weiter zu unserer Quest. Ja, wo wir schon sehr, sehr lange auf dem Weg hin sind. Ort entdeckt. Da machen wir mal kurz wieder Schnellspäne, damit wir hier zur Not hinreisen können. Das ist eigentlich immer ganz gut. Oder hier auch wieder spawnen. Ähm, ich glaub, fast hier waren wir ja auch das letzte Mal, oder? Könnte sein. Ne, hier sind immer so, ach so, immer so... Immer diese Leute, die wieder was von einem wollen. Ähm, treffe ich den nicht? Oh, ich hab nicht genügend. Uah. Ich hab mich abgestochen. Ich glaub, ich sollte lieber wieder mit Boden spielen. Ich glaub, das klappt besser. Hier sind wir wieder. Okay. Wir wählen dann mal ganz kurz hier wieder den Dritt. Ähm. So, hier kann ich das gar nicht. Okay. So. Wo kommt da denn der junge Mann? Wo war denn der jetzt? Da vorne irgendwie, ne? Davon ist er. Ja. Aber es reicht ja, wie du siehst. Boah, ich find seine Rüstung voll geil. Ähm, nehmen. Alles nehmen. Jaja, ich trage zu viel. Ich möchte mal ganz kurz, ehrlich gesagt, was gucken, Bekleidung. Wo ist sie denn? Hallo? Wo ist sie? Achso, die kann ich ihm gar nicht mehr ausziehen. Oder? Ne, kann ich nicht. Das ist ja wieder doof, find ich, ne? Ich gebe euch Deckung. Ja, das ist auch eigentlich ganz gut so. Ähm, hier. So, die Krone kannst du eigentlich auch mal haben. Meine Sachen kannst du eigentlich alle, eigentlich kannst du alles mal haben. Hiervon kannst du einen haben. Das kannst du behalte ich. Das ist bald. Behalte ich alle außer zwei. Zack, 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 zack. Achso, kann sie nicht mehr tragen. Okay, aber wir sind wenigstens wieder Dings, ein bisschen leerer. Äh, was wir noch jetzt machen können, ist hier einmal gucken. Okay, ein bisschen Weg haben wir noch vor uns. Ob wir den noch fertig kriegen? Weiß ich heute. Das weiß ich noch gar nicht. Weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gerade spielen will. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange. Aber ich wollte noch mal ein bisschen auf jeden Fall. Heute Abend. Was sagen, wir speichern hier unten einmal kurz bei dem Wegkreuz und dann reiten wir jetzt mal hier hoch und gucken mal, wie wir dann, ob wir von da irgendwie dahin kommen. Das kann ja sein, aber ich weiß es ja nicht. Haha, hier sind wir wieder. Achso. Ja. Eure Zunge, mein Heimischer. Achso. Mhm. Deswegen. Ja, du hättest eigentlich unten warten können. Ich komm hier gar nicht durch. Ich muss unten rum. Oh, jetzt fährt das ganz schön langsam, ne? Muss ich ja mal so sagen. Guten Tag. Zeit für Geplauder. Ich hab dich angerinnt, weil ich wollte gar nicht mit dir reden. Wollte ich nicht. Das war's falsch verstanden. Würde ich mal behaupten. Ich finde, wir machen das so, immer bei so einem Wegweiser, da kann ich gut speichern. Das ist eigentlich immer ganz gut. Ne? Da kann man eigentlich immer... Solange ich es natürlich nicht vergesse, das ist natürlich wieder dann was anderes. So, ich glaub, hier lang sind wir fast richtig. Aber wir brauchen wohl auch noch ein ganz schönes... Also eine ganz schöne Zeit. Können wir nochmal gucken. Ein bisschen ist es noch. Ein bisschen. Ganz bisschen. Ein bisschen. So wird das ausgesprochen, ne? Lerne Deutsch, bitte. Bitte lernen Sie Deutsch. Bevor Sie Deutsch reden. Hallo? Habt ihr alle Spaß hier? Was sehen meine leuchtenden Augen denn da? Oh, wollte ich gar nicht. Die Frage ist... Kann ich bei ihm verkaufen? Hier. Das kann ich erübrigen. Ich schau doch einfach mal so durch, ob da irgendwas... für mich Interessantes hat, oder? Nö, eigentlich soweit sogar nicht. Nö, aber er nimmt nichts an, was wir irgendwie... Hier. Das kann ich erübrigen. Nö, er nimmt nichts an zum Verkaufen. Das ist ja wieder sozusagen doof. Huch. Oh. Ne, Holzschweiler könnt ihr behalten. Die will ich nicht. Ja, so ist dat. Was ist hier noch so drin bei euch? Blutigerlamm. Oh. Oh, Gegengift. Hallo, hallo, hallo. Oh, ich hab alles genommen. Entschuldigung. Alles meins. Alright, was kann keiner hier? Mhm. Hm. Benutzen, weil ich gerade auch hier... kochen. Kochen. Ja. Mhm. Jetzt haben wir gerade schön Züge gebraten. Aha, 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 aha. So, hier ist mein Pferd. Das ist mein Pferd. Sehr gut. Jo. Die brauche ich ja immer so lange, weil die ja nicht, äh, hiermit durchkommt. Die geht ja irgendwie immer außen rum oder so. Und da ist dein Pferd. Was ist mein Pferd.